Hallo und herzlich willkommen hier im Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblings-Podcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Bei der Zeit, dass ich diese Folge aufnehme und vielleicht auch bei der Zeit, dass du die hörst, ist es gerade Anfang April 2022 und jeder Anfang von einem Monat ist für mich zumindest immer so ein spannender Moment, mal auf den alten Monat zurückzugucken und zu beurteilen, was hat so geklappt, was hat nicht geklappt, was für Ziele hatte ich mir gesetzt, welche davon habe ich erreicht, welche nicht. Und genauso natürlich den Monat jetzt zu planen und nach vorne zu gucken und zu überlegen, hey, April 2022, was möchte ich schaffen und erreichen, wie möchte ich mich dabei fühlen, was soll am Ende des Monats passiert sein. Und egal, ob du jetzt ein Business hast, eine Selbstständigkeit und es gewohnt bist, also hoffentlich zumindest, weil ohne Ziele und ohne klare Meilensteine ist es ziemlich schwer, in Richtung sich weiterzuentwickeln oder voranzukommen, gerade im Business. Aber egal, ob du das jetzt hast und es gewohnt bist, Ziele zu setzen und zu visionieren und Meilensteine festzulegen oder eben nicht. Lass uns darüber reden, warum es nicht klappt, beziehungsweise eigentlich will ich gar nicht reden, warum es nicht klappt, sondern ich möchte dir helfen, dass wenn du das Gespür hast oder das Verlangen hast, dass sich in deinem Leben was ändert, dass du etwas leben möchtest, was du bis jetzt noch nicht gelebt hast, dass du Ziele hast, die du eigentlich erreichen möchtest, aber so wie die guten alten Neujahresvorsätze, du immer wieder anfängst, dir ein Ziel zu setzen, dir etwas vorzunehmen und dann dich dabei selber beobachtest, wie du nach fünf Tagen oder nach zwei Wochen oder nach einem Monat wieder 80, 90 Prozent davon über Bord geworfen hast. Vielleicht frustriert es dich ja auch langsam, dass du seit Monaten schon oder seit Jahren versuchst, eine gewisse Gewohnheit in den Griff zu bekommen oder ein Ziel zu erreichen, ein finanzielles Ziel zu erreichen oder mal in ein Land zu reisen oder egal, was es ist, guck ganz bei dir rein. Vielleicht frustriert es dich ja auch, dass du es irgendwie nicht hinzubekommen scheinst oder nur ganz wenig sich tut in deinem Leben. Ich kann voll verstehen, dass dich das frustriert und ich kenne das von mir ja auch und mich frustriert das auch und ich möchte dir heute so ein paar Einblicke geben oder so ein paar praktische Dinge mitgeben, was du tun solltest, wenn du wirklich was verändern möchtest in deinem Leben. Und ich gucke hier seitlich, ich habe mir so ein paar Notizen gemacht und ich würde mir wünschen, dass du dir mitnimmst, dass du das Handwerkszeug hast, zu planen, wer du werden möchtest, zu planen, wer du werden möchtest und das Bewusstsein dafür, dass wenn du dieses klare Bild hast von deinem zukünftigen Ich, von deiner zukünftigen Version, von dem Leben, was du eigentlich leben willst, dass du es schaffst, von dieser Vision Dinge ins Heute zu übertragen. Sprich, deine zukünftige Version, die zukünftige Vision deines Ichs, was kann die, was macht die und wie ist die vor allen Dingen dahin gekommen, wo die hingekommen ist? Und wenn du das jetzt übersetzt auf heute, auf April, auf die nächste Woche, was kannst du tun, was kannst du ganz konkret auf die Straße bringen, was dein zukünftiges Ich erfolgreich gemacht hat oder was dein zukünftiges Ich jeden Tag machen würde? Ich habe, wenn ich mir so in meiner, ich bin ja Coach und coache hauptsächlich Selbstständige, aber auch Menschen, die wirklich veränderungsbereit sind und was verändern möchten, vielleicht Leute wie du. Und wenn ich so zurückgucke, was wirklich gut geklappt hat, also wo Leute die Erfolge und die Ziele erreicht haben, die sie sich vorgenommen haben und wo vielleicht auch nicht. wo ich schnell Erfolge hatte mit den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe oder wo nicht so. Fällt mir immer wieder auf, ein, oder ich muss gerade speziell an eine Kundin denken, deren Business, die hatte eine Selbstständigkeit, deren Business nicht so rund lief, ganz im Gegenteil, sehr stockelig und mit sehr vielen Ängsten und mit sehr vielen Zweifeln verbunden. Und der Durchbruch, so der finanzielle Durchbruch, die Sicherheit aufzubauen, der blieb irgendwie aus. Und egal, was sie versucht hat und wie viel Gas sie gegeben hat, sie ist immer wieder daran gescheitert, dass sie es nicht richtig durchgezogen hat, dass ihre Selbstzweifel und ihre Ängste wieder übernommen haben. Und als sich das geändert hat im Laufe der Zusammenarbeit, also als es irgendwann so weit war, dass sie konstant Geld verdient hat und mehr Geld verdient hat auch als vorher, habe ich versucht, mir zu überlegen, woran das lag. Also warum hat das jetzt plötzlich geklappt und auch relativ rund geklappt, wo es vorher nicht so geklappt hat? Und ich kam zurück zu der Antwort, es hängt zusammen mit der eigenen Identität, mit dem Verständnis, wer bin ich? Und wenn du glaubst, die Person zu sein, die Probleme hat, die Herausforderungen hat, der es ihnen nicht so gut geht oder die Person, die immer wieder sich Sachen vornimmt und ihre Ziele nicht erreicht, wenn du glaubst, diese Person zu sein, dann wirst du dich langfristig immer demgemäß verhalten, was du glaubst zu sein. Also du wirst immer wieder Probleme haben, du wirst immer wieder Herausforderungen haben, du wirst immer wieder nicht weiterkommen. Und jetzt in der Selbstständigkeit und bei vielen meiner Klienten ist es so, wenn du wirklich nicht der vollen Überzeugung bist oder dich jeden Tag so ein bisschen in dieses neue Bild, in diese neue Identität weiterentwickelst, bei mir darf es auch rundlaufen, wenn ich Dinge anfange, dann ziehe ich sie durch und ich bin eine Person, die jeden Monat ein bisschen besser wird in dem, was sie tut. Ich bin eine Person, die diszipliniert ist und die ihre To-dos abarbeitet. Und ich bin die Person, die so begeistert und so überzeugt ist von dem eigenen Produkt und von der eigenen Dienstleistung, dass, wenn ich ein Verkaufsgespräch habe, es auch wirklich funktioniert und ich wirklich auch Kunden gewinne, weil ich so eine gewinnende Art habe. Wenn das mein Identitätsverständnis ist, dann wird es immer, immer besser klappen. So, und jetzt bei dieser einen Kundin ist genau das passiert, dass im Laufe der Zusammenarbeit sich das, oh, es ist alles so schwierig und ich weiß nicht, ob ich es hinkriege und ich weiß nicht, ob ich gut genug bin und außerdem weiß ich nicht, ob ich mir selber glauben oder an mich selber glauben kann, zu, Tobi, wenn du an mich glaubst, glaube ich auch an mich selbst. Und wenn ich an mich selbst glaube, dann kriege ich das schon irgendwie hin. Und wenn ich das schon irgendwie hinkriege, dann werde ich auch Kunden finden. Und wenn ich dann, und dann plötzlich fängt sie an, Akquise zu machen und gewinnt ihre ersten Kunden und das bestätigt ja wieder diesen neuen Glaubenssatz, diese neue Identität, dass es irgendwie klappt. Und dann ist das wie so ein positiver Kreislauf, wo sich immer die Realität, wo die Realität immer wieder das bestätigt, was ich versuche von mir selber zu halten und zu glauben. Das ist, glaube ich, im Kern das, warum es klappt oder auch nicht klappt und warum es vielleicht bei manchen Leuten, warum bei manchen Leuten alles zu klappen scheint, was sie sich an neuen Dingen vornehmen und sie sehr diszipliniert rüberkommen, weil das ihrem Identitätsverständnis entspricht. Es gibt Leute, die lesen Bücher und jedes Buch hat eine total lebensverändernde, oder hören Podcast, so wie du jetzt. Und das hat immer eine lebensverändernde Wirkung. Und dann gibt es Leute, die beschäftigen sich seit zehn Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung, konsumieren alles und die leben es genauso scheiße wie vorher. Und ganz viel davon liegt in diesem eigenen Identitätsverständnis. Und wenn ich da nicht dran arbeite, wenn ich nicht dran arbeite, zu einer anderen Person zu werden, also wirklich zu wachsen, dann kann ich mir noch so viel tolles Zeug in den Kopf zimmern. Es wird nicht durchsacken. Und deswegen möchte ich dich herausfordern oder dir mitgeben, wie wirkliche Veränderung funktioniert. Und das ist vielleicht simpler, als du dir das vorstellst. Ich möchte dich aber herausfordern, das wirklich zu machen. Das wirklich zu machen und das anzuwenden. Weil ich kenne das von mir selber auch, dass wenn du anfängst, etwas anzuwenden, und dann merkst du, vielleicht es tut dir gut, vielleicht merkst du aber auch, es ist ein bisschen anstrengender, als du dachtest. Und so wie bei allen anderen Gewohnheiten auch, fängst du dann an, das zu machen. Und dann merkst du nach einer Woche, boah, das war aber ein bisschen anstrengend. Und dann machst du es nur noch jeden zweiten Tag. Und nach zwei, drei Wochen wunderst du dich, dass eigentlich gar nicht so richtig was passiert ist. Und spätestens nach einem Monat bist du wieder, bist du wieder die alte Person. Oder bist wieder auf genau dem, in genau dem Tagesablauf drin, den du vorher auch hattest. Also, ich empfehle dir mal folgendes zu machen. Ich empfehle dir, definiere mal zwei Personen und nimm dir da für eine halbe Stunde Zeit oder so, setz dich hin mit deinem Tagebuch, mit deinem Zettel und definiere zwei Personen. Das eine ist die Person, die du jetzt gerade bist. Und nenn sie ruhig, dein Name 1.0. Also für mich Tobi 1.0. Die jetzige Version von dir selbst. Was kannst du, was kannst du nicht? Was glaubst du von dir? Wie sieht dein Alltag aus? Wie diszipliniert, nicht diszipliniert bist du? Also beschreib das mal. Es kann ruhig so eine halbe, die in der Vierseite sein. Mach das stichpunktartig mit Geschichten, wie auch immer es für dich hilfreich ist. Nur um dir bewusst zu werden, in was für einer Lage du steckst. Wie du gerade bist und was dir davon gefällt und was dir davon nicht gefällt. Also definier mal für dich mental so ein Bild und bring das in der Form aufs Papier, dass es dir bewusst wird, wer du eigentlich jetzt gerade bist. Vielleicht wirst du dankbar dafür. Vielleicht merkst du aber auch, boah, das ist eigentlich so gar nicht das, was ich will. Vielleicht auch eine Mischung aus beidem. Jetzt im zweiten Schritt. Und schüttel vor, dass, also gerade wenn du deprimiert bist, schüttel das so ein bisschen ab und guck, dass das wie so ein Neuanfang ist und jetzt hast du eine zweite Person vor Augen. Und das ist deine Version 2.0. und fang an, das wirklich richtig, so richtig bildlich und so richtig spannend zu beschreiben und mach das stichpunktartig, wenn es dir hilft oder total egal in was für einer Form. Aber so, dass du ein klares Bild vor Augen hast, wer ist denn diese Person 2.0? Wenn ich jetzt mich, bin ich bei mir selber, bei Tobi jetzt, wenn ich zwei Jahre, fünf Jahre in die Zukunft gehe und ich habe dann ein klares Bild vor Augen, wer dieser Tobi ist, dann ist dieser Tobi jemand, der ist, der strahlt eine gewisse Autorität aus, das heißt, Menschen nehmen ihn ernst. Der ist diszipliniert, das heißt, wenn er sich was vornimmt, dann zieht er das durch und dann macht er das auch. Der ist sportlich, der ist aber auch, der hat so eine ganz inspirierende Art, also wenn Menschen mit dem zusammen sind, irgendwie färbt es ab, der kommt in den Raum rein und es fängt an zu strahlen, also ich habe da ganz klare Bilder vor Augen und ich finde es super motivierend zu sehen, wo ich schon ein paar Schritte darauf zugegangen bin und wo sich schon wirklich was verändert hat, aber gleichzeitig auch, wie viel Luft da noch nach oben ist und je mehr Zeit ich mir diese, und das ist der dritte Schritt, also du hast dann die klare Definition von deiner Person 1, von deiner Person 2, die du werden willst und je mehr Zeit du mit dieser Person verbringst, das heißt, eine Meditation machst, wo du diese Person näher kennenlernst und dir das bildlich wie so ein Film malst, was diese Person macht und was sie tut und wie sie aussieht und dann kannst du sogar mit der Person einfach als Gedankenexperiment mal anfangen zu sprechen und ihr Fragen zu stellen und von ihr lernen. So, der nächste Schritt, wenn du diese Definition hast, ist, dir genau zu überlegen, was kann ich auf einer Tag-für-Tag-Basis machen, um mehr so zu sein wie diese Person und jetzt brauchst du dafür ein Tool und das ist ganz simpel eigentlich, wahrscheinlich nutzt du dieses Tool auch schon für ganz viele andere Dinge in deinem Leben und zwar ist das der Kalender, der einfache, schöne Kalender, weil wenn du jetzt ein klares Bild hast von deiner zukünftigen Vision, kann es sein, dass dich das so motiviert und dadurch, dass du mehr Zeit mit ihr verbringst und meditierst oder dir deine mentalen Filme drehst, dass das schon abfährt, richtig, richtig gut, aber wenn du nicht anfängst, diese Gewohnheiten zu etablieren, die diese Person hat und die Dinge zu tun, die diese Person tut, dann wird das immer so ein Gedankenexperiment bleiben und der Veränderungsprozess ist sehr, sehr langsam. Das heißt nur mal angenommen, ich benutze gerne das Beispiel Sport, weil das sehr einfach und sehr griffig ist und das kann aber genauso in allen möglichen anderen Lebensbereichen sein, das kann auch, vielleicht nehmen wir mal nicht Sport diesmal, ich benutze immer Sport, sagen wir mal Beziehungen. Ich fand das, mich hat das so gerührt, meine Frau hat das vor ein paar Tagen gesagt, dass die Sache, wo sie am meisten stolz drauf ist in ihrem Leben, also was sie quasi geschafft oder aufgebaut hat, unsere Beziehung ist. Und das finde ich, das finde ich sehr, sehr schön. Also genau, nehmen wir noch mal als Beispiel Beziehung. Das kann ein guter Freund, Freundin sein, das kann dein Lebenspartner, Partnerin sein, Ehe oder was auch immer. Such dir eine Person gerade mal im Kopf raus, die du wirklich sehr liebst und wenn du jetzt deine zukünftige Version planst und würdest gucken, wie ist diese Beziehung in der Zukunft, wie innig, wie intim, wie schön und was macht diese zukünftige Version von dir selbst, um diese Beziehung so gut zu machen, so gut aufrecht zu erhalten, so super, ja, so super persönlich zu halten, also was passiert da in der Zukunft? So, wenn du jetzt aber nur darüber nachdenkst und das so ein Gedankenfilm bleibt, so wie schön das alles ist in der Zukunft, dann bleibt das, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, bleibt das wahrscheinlich ein Traum oder der Veränderungsprozess ist sehr langsam. Jetzt könntest du dir aber, wenn du mit dieser zukünftigen Person ein bisschen Zeit verbracht hast und du hast es auf deinem Papier stehen, jetzt fällt dir auf, okay, Beispiel Lebenspartnerschaft, wenn ich meiner Lebenspartnerin oder Lebenspartner jede Woche irgendwas Spezielles, irgendeine Aufmerksamkeit in Form von einem, wir machen eine, wir würden eine Date Night machen und würden dann zum Essen gehen und ich hätte immer irgendwas, einen Blumenstrauß dabei oder ich hätte eine Aufmerksamkeit, irgendwas, was ich mir gemerkt habe von einer anderen Person, wo sie sich so richtig wertschätzt und geliebt fühlen würde. Wenn das was ist, wo du glaubst, deine zukünftige Version von dir selbst würde das tun, damit die Beziehung so richtig geil wird, dann geh jetzt hin in deinen Kalender und plan dir das Fest ein. Plan dir das Fest ein. Sag, donnerstags um 18 Uhr, wenn du von der Arbeit nach Hause kommst oder, auch wenn du nicht so wurscht, fährst du zum Blumenladen und bringst irgendwas Schönes mit und dann nächste Woche schreibst du rein, um Donnerstag oder Mittwoch, also nicht immer gleich, Mittwoch um 18 Uhr fährst du in ein Klamottengeschäft oder in ein, du weißt, worauf ich nach Hause will. Also plan dir fest ein, was du, was deine zukünftige Version machen würde, um diese Beziehung zu verbessern. Plan dir das fest in deinem Kalender ein. Und kurz das mit dem Sport ganz genauso. Jetzt deine zukünftige Version ist vielleicht sportlich und gut durchtrainiert und hat Spaß an dem, was sie macht und sieht gut aus, hat einen tollen Körper und dann fang jetzt an, mal in deinen Kalender einzutragen. Weißt du was? Dreimal die Woche Sport. Ich meine, das habe ich mir schon ein paar Mal vorgenommen, aber trag das so fest in deinem Kalender ein, dass du es machst, entweder vor der Arbeit, nach der Arbeit, total egal, aber trag es ein und mach es. Und jetzt wirst du beobachten, wenn du dich auch nur für zwei oder drei oder vier Wochen daran hältst und du dich beschäftigst mit dieser zukünftigen Version von dir selbst. Ja, du hast es aufgeschrieben, du drehst dir ab und zu diesen mentalen Film und jetzt beobachtest du dich selbst, wie du dreimal die Woche ins Fitnessstudio gehst und vielleicht nach ein paar Wochen merkst du so ein paar Resultate und diese Resultate und überhaupt der Fakt, dass du es durchgezogen hast, bestätigt diese neue Identität, diese neue Version von dir selbst. Und je mehr du an diese neue Version glaubst und glaubst, dass es wahr werden kann, desto mehr Motivation und desto mehr Kraft hast du, wieder mehr Sachen zu tun. Und je mehr Sachen du tust, desto eher bestätigst du wieder dieses neue Bild von dir selbst. Und das ist so ein Veränderungskreislauf, der auf einer sehr tiefen, auf einer sehr, also auf deiner Identitätsebene passiert und deswegen so erfolgsversprechend ist, weil es nicht nur darum geht, neue Sachen zu machen und aufhören zu rauchen und jetzt mehr Sport zu machen und alles, was man so machen müsste, sondern es geht darum, zu der Person zu werden, die du wirklich werden willst. Und wenn du merkst, jetzt spannen wir den Bogen zurück zu April, wenn du merkst, in der Vergangenheit deine Monatsziele, das, was du eigentlich erreichen möchtest, was du aufbauen möchtest, vielleicht ist das eine Selbstständigkeit nebenher, vielleicht ist es dein Traumkörper, vielleicht ist es deine Wunschbeziehung, vielleicht ist es ein neues finanzielles Ziel im Business. Wenn du merkst, dass es immer wieder gescheitert ist oder du weit, weit, weit an deinen Zielen vorbeigeschlittert bist und du vielleicht sogar schon aufgehört hast, dir Ziele zu setzen, dann fangen wir da damit an und nutzt die Ziele als Meilensteine, als Zielrichtung und brich sie runter auf, was kann ich jeden Tag und jede Woche tun, um diesen Zielen näher zu kommen und vor allen Dingen zu dieser Person zu werden, die diese Ziele erreichen würde. Weil es gibt immer eine Version von dir in der Zukunft, die diese Ziele einfach erreichen würde und ich meine, guck dich um, du musst ja nur ab und zu mal auf Instagram unterwegs sein und dich triggern lassen von allen Leuten, die so viel Erfolg zu haben scheinen oder auch wirklich Erfolg haben. Es scheinen ja Menschen zu geben, die genau das hinkriegen, was du auch hinkriegen willst. Es gibt Leute, die haben das Auto, was du haben willst und hatten genau dieselben Grundvoraussetzungen. Es gibt Leute, die haben eine glückliche Beziehung, so wie du dir das wünschst und hatten vielleicht dieselben Grundvoraussetzungen wie du. Es gibt Leute, die haben den Traukörper, den du dir wünschst und die hatten genau die gleichen Grundvoraussetzungen wie du. Die gibt's. Das heißt, irgendwie ist es für dich wahrscheinlich auch möglich, das zu machen. Und wie das alles geht, ist dir wahrscheinlich auch schon bewusst und wenn nicht, lass uns gerne mal sprechen, aber wie du abnimmst, wie du, das weißt du doch, das weißt du doch, aber es gibt einen Grund, warum du das nicht, warum du das nicht tust und der hat ganz viel zu tun mit deinem eigenen Verständnis von wer bist du. Also fang an, dir dieses zukünftige, die zukünftige Version deiner selbst zu definieren und klar zu machen und runterzubrechen auf ein Level, dass du klare Termine hast, um mehr von dem zu tun, was die zukünftige Version deiner selbst tun würde. Ich hoffe, das war praktisch und anwendbar genug, dass du dir wirklich was rausziehen kannst und ich möchte dich noch einmal herausfordern, wenn du jetzt bis zum Ende dabei warst in der Podcast-Folge, stell dir vor, du hättest nur für diese eine Folge, hättest du 1000 Euro bezahlt, nur dass du die hören dürftest. Also ich sitze hier in meinem Häuschen hier oder in meinem Airbnb in Südafrika und erzähle was ins Mikrofon, aber du hättest 1000 Euro bezahlt, um nur diese Information zu bekommen. Und jetzt überleg dir, wenn du das bezahlt hättest, wie würdest du jetzt nach der Podcast-Folge mitschreiben und dir Dinge überlegen und die Dinge wirklich anwenden und gucken, dass diese Folge wirklich mal mindestens ihre 1000 Euro wert war. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Anwendung und wenn ich dir irgendwie helfen kann dabei, das konkreter zu machen, das auf die Straße zu bringen oder mit dir zusammen diese neue Identität zu erschaffen und dich hat das neugierig gemacht, dann geh gerne in die Shownotes und trag dich ein in dem Link, wo du bei mir einen Termin buchen kannst. Das ist komplett kostenlos, das ist unverbindlich. Mir geht es wirklich darum, dir zu helfen, ja, das aufzubauen, was du aufbauen möchtest. Und wenn das dann irgendwann dazu führt, dass du bei mir ein Coaching kaufen möchtest, sehr, sehr gerne. Aber dieses erste Gespräch ist kostenlos und ist unverbindlich und ich mache da keinen Druck. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich kann dir wirklich helfen, trag dich da gerne ein. Ich freue mich, dich kennenzulernen, und ich freue mich, dir helfen zu dürfen und jetzt viel Spaß bei der Umsetzung. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.